Doping im Fußball gab es schon immer. Aber Doping-Sünder in der Bundesliga findet man heute nicht mehr. Obwohl es in fast jeder anderen Sportart Skandale gibt. Hat Doping im Fußball etwa keine Wirkung? Ich bin kein Fachmann, aber ich würde es mal behaupten, weil da viele andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen, als nur jetzt die reine körperliche Leistung. Natürlich kann man in jeder Sportart dopen. Man kann auch als Dartspieler dopen und man kann auch als Mannschaftssportler dopen. Und wie wir bei den Olympischen Spielen festgestellt haben, auch als Curler kann man dopen. Was soll es überhaupt bringen im Fußball? Fußball ist so eine komplexe Sportart. Das halte ich für eine Argumentation, die schon an vorsätzliche Dummheit grenzt. Das ist Hanebüchen. Wir brauchen die Kraft, wir brauchen die Schnellkraft, die Ausdauerkraft, die Körperkraft in diesen Bereichen. Und das ist im Fußball noch komplexer als in vielen anderen Sportarten, dürfen wir nicht vergessen. Der Spieler wäre mit Dummheit gestraft. Er würde sich versuchen, darüber irgendwie zu optimieren. Man kann besser regenerieren, wenn man das medikamentös oder durch verschiedene Verfahren unterstützt. Und man kann vor allem schneller regenerieren. Naja, Fußballer sind in dem Bereich wirklich tatsächlich nicht systematisch unterwegs. Ich glaube in keiner Zeit gewesen. Die Pillen lagen teilweise in den Kabinen rum. Im deutschen Fußball in der Bundesliga wird es keinen Doping-Skandal geben. Bestes Beispiel sind diese absolut lächerlichen Doping-Tests nach den Bundesliga-Spielen. Mir ist das auch bei keinem Verein bisher untergekommen, dass eben gedopt wird. Und das kann ich mir auch für die Bundesliga in keinster Weise vorstellen. Ganz pragmatisch. Wenn man möchte, dass er mehr läuft, kann man das durch Doping erreichen. Wenn man möchte, dass er stärker schießt, kann man das auch durch Doping erreichen. Fußball ist längst ein Milliardengeschäft. Nie war er wertvoller. Nie athletischer. Aber wie sauber ist die Lieblings-Sportart der Deutschen? Wir müssen nicht lange recherchieren, um Doping-Fälle im Fußball zu finden. Dieser brasilianische Arzt prahlt damit, den früheren Weltklasse-Spieler von Real Madrid, Roberto Carlos, gedopt zu haben. Oder Marc Bonar, britischer Doping-Arzt. Du kannst es auf dem Level gar nicht ohne Doping schaffen. Doping ist eine Tatsache im Sport. Die Sportler wollen einen Fachmann dafür. Und ich mache es verantwortungsvoll. Stars der Londoner Top-Clubs Arsenal und Chelsea sowie Spieler vom Sensationsmeister 2016 Leicester City sollen seine Kunden gewesen sein. Er steht für Doping im Spitzensport. Beim spanischen Frauenarzt Fuentes soll die Fußball-Elite versorgt worden sein. Von Zinedine Zidane bis Ronaldo. Doch Aufklärung? Fehlanzeige. Doping-Fälle im Fußball gelangen eigentlich kaum an die Öffentlichkeit. Es sei denn, Spieler wie Samir Nasri posten ihre Fit-Macher-Infusionen in den sozialen Medien. Dumm gelaufen. Ein halbes Jahr Sperre. Er kennt die Grenze zum Doping. Und arbeitet laut Kritikern dennoch im Graubereich. Hans-Willem Müller-Wohlfahrt. Arzt der Nationalmannschaft. Und des FC Bayern. Aktuell bewirbt er sein neues Buch. Mit den Händen sehen. Müller-Wohlfahrt verkauft sich gern als Wunderheiler. Bei Doc Mull trifft sich das Who is Who im Wartezimmer. Olympiasieger Fabian Hambüchen. Usain Bolt. Dazu Top-Manager. Und Musiker wie Herbert Grönemeyer. Doch wir fragen uns, sind es wirklich nur seine Hände, die Wunder vollbringen? Oder ist es auch dieses umstrittene Mittel? Akturvegin. Hochfiltriertes Kälberblut. Ein Medikament, normalerweise verabreicht bei Hirnschlägen oder Demenz. Die Zulassung ist in Deutschland ausgelaufen. Die Anwendung allerdings erlaubt. Der behandelnde Arzt trägt die Verantwortung. Wir finden heraus, der Hersteller des Präparats wirbt mit Leistungssteigerung. Schnellere Regeneration, Muskelwachstum. Akturvegin stand im Ausland auch schon auf Dopinglisten. Als Fran Gréberie 2014 die WM verpasst, ist der Vorwurf aus Frankreich, der Doc habe ihn zu oft fit gespritzt. Bastian Schweinsteiger hingegen schwärmt in US-Medien von dem Wundermittel. Du merkst es nach fünf Minuten in den Beinen. Es ist wie ein Weckruf. Ist Akturvegin ein Wirkstoff im medizinischen Grenzbereich? Obwohl es Studien über eine Doping-relevante Wirkung gibt und es offenbar Spuren von verbotenen Substanzen enthält, winkt die Nationale Anti-Doping-Agentur das Mittel weiter durch. Doping im Fußball hat Geschichte. Obwohl sich anfangs noch darüber lustig gemacht wird. Mit Kaptagon schießen sie keine Tore. Also wenn einer gut laufen kann, dann nimmt Kaptagon und rennt da wie so ein Geisteskranker. Dann mache ich hier die Stadiontore auf, dann rennt er in die Weser. Man muss in erster Linie Fußball spielen. Der deutsche Nationaltorhüter Toni Schumacher wird zum Nestbeschmutzer. In seinem Buch Anpfiff berichtet er über die Einnahme verbotener Mittel. Erst vor wenigen Jahren folgen weitere Geständnisse ehemaliger Spieler. Wenn mich einer erfahrt, ob früher Kaptagon genommen wurde und das ist ja wohl ein Dopingmittel, dann kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Dieter Schatzschneider, bis heute Rekordtorschütze von Hannover 96, unter anderem Bundesligaspieler beim HSV. Das wurde halt verteilt und woher sie es haben. Manche mal haben Ärzte das durch die Gegend geschmissen und ich sag das jetzt mal so ein bisschen lässig, aber völlig normale, die hatten das halt. Er selbst habe es nie genommen. Namen, Vereine oder Ärzte nennt er nicht. Ich kann ja sowieso aus dem Fußball tausend Geschichten erzählen. Und da, ich sage mal, das Buch Feuchtgebiete wär, wär ein Staubfänger dagegen. Er ist ein Doping-Sünder, wie er im Buche steht. In seinem Buche. Jean-Francois Larios ist der Bad Boy des französischen Fußballs. Meister, Nationalspieler, Doping-Sünder mit Kaptagon. Du bist erheblich konzentrierter. Du hast viel mehr Kraft. Aber nicht endlos. Denn dann kommt der Zusammenbruch. Dir geht einfach die Puste aus. Alle Ärzte wussten das, dass in den nordischen Ländern, dass in Italien oder der DDR Stimulantien verwendet wurden. Also für die wichtigen Wettbewerbe, die großen Spiele. Wenn du mithalten wolltest, musstest du dich entscheiden. Entweder hast du es genommen oder eben nicht. Larios greift über Jahre hinweg immer wieder zu Doping-Mitteln. Das euphorisiert dich erst mal. Aber danach stürzt du in eine Depression. In eine Traurigkeit. Das ist die Kehrseite der Medaille. Du siehst alles schwarz. Du hast nicht mehr dieselben Gefühle. Du hast den Eindruck, einsam zu sein. Du hast die gleichen Sensationen. Du hast den Eindruck, nichts geht mehr. Du hast eine Vorstellung vom Leben, die wirklich sehr negativ ist. Das ist wie bei einem Alkohol- oder Drogenabhängigen. Ständige Exzesse prägen seinen weiteren Lebensweg. Über die Skandale der anderen erfahren wir nichts. Nie genaueres kann ich dazu nicht sagen. Das müssen andere beurteilen. Ich kritisiere hier niemanden. Stelle keinen an den Pranger. Jeder macht das, was er für richtig hält. Ich kann nur sagen, man fragt mich nach der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass es ein Schweigegelübde gibt über die Tatsachen des Dopings. Diese Omerta ist lächerlich. Das ist wirklich richtig. Jean-Francois Larios verliert fast alles. Beinahe sogar sein Leben. Einen Herzinfarkt überlebt er nur knapp. In den 70er und 80er Jahren ist Doping im deutschen Sport ein offenes Geheimnis. Er gilt als Wunderheiler. Der Mediziner Armin Klümper. Doch in Wirklichkeit versorgt Klümper hunderte Topathleten mit Dopingmitteln. Unter anderem mit Anabolika. Die Mooswald-Klinik wird zum Pilgerziel. Auch für Fußballer. Das System Klümper hat Erfolg. Die Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg vertrauen seiner Expertise. Er liefert ihnen, was die Vereine verlangen. Leistungssteigernde Medikamente. Um Armin Klümper entsteht ein Dopingzentrum. Die Politik schaut zu. Einer seiner Patienten damals ist ausgerechnet Fritz Sörgel, der Anti-Doping-Kämpfer und anerkannte Pharmakologe. Ich war selber mal als Fußballer bei Klümper. Ich hatte die klassische Fußballerverletzung, gerissenes Kreuzband. Und über verschiedene Kontakte, man kam ja nicht so leicht zu ihm, bin ich dann in Freiburg aufgeschlagen. Und er hat mir ein Rezept, das war von der Länge. Also was ich alles einnehmen sollte, was alles ins Knie gespritzt werden sollte. Sogar radioaktive Substanzen sollten ins Knie gespritzt werden. Da ich nun Pharmakologe war, habe ich gesagt, naja, da ich mit Fußball nicht mein Geld verdienen muss, wahnsinnig gern spiele, warte ich dann lieber auf die natürlichen Heilungskräfte. In der DDR war Doping systematisch verankert. Fest nach Staatsplan. Die Deutsche Demokratische Republik wollte ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Sportliche Erfolge wurden zum Prestigeobjekt. Selbst Kinder bekamen Dopingmittel verabreicht. Und der kleine André da hinten drin, mit Knieschützern und Handschuhen aus dem Westen. André Schmidt stand früher für Lok Leipzig zwischen den Pfosten. Heute trainiert er Torwarttalente. Die Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Und wenn wir über das Mittel sprechen, was ich da genommen habe, was viele DDR-Leistungssportler, glaube ich, genommen haben. Dünn Vital. Das Mittel selbst als Vitamingetränk verabreicht. Und möglicherweise in einigen Chargen angereichert mit STS-646-Mestanolon. Anabolis Steroid. Nachdem ich dann irgendwann 40 Jahre alt war und eine seltsame Krankheit bekam, beziehungsweise Ödeme am gesamten Körper, die ich nicht einordnen konnte. Ich wusste nicht, wo sie herkamen. Ich konnte es nicht bezeichnen. Das war einfach was Neues. Einfach was Neues da. Also im Gesicht und in Armen, Beinen, überall. Und mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert worden deswegen und nach irgendwelchen Sachen gesucht worden. Und es kann halt auch eine Spätfolge von der Einnahme von anabolischen Steroiden sein. Auch 25 Jahre, 30 Jahre später noch. André Schmidt ist mutmaßlich eines von tausenden Dopingopfern. Ja, das sind brutale Menschenversuche gewesen. Denn es gab natürlich Ärzte, die gewusst haben, was ein Anabolikum ist. Die wussten, was eine Hormonbehandlung ist. Aber das System wollte es und die haben mitgespielt. Früher gehörte Doping im Fußball irgendwie dazu. Aber warum gibt es aktuell keine Fälle in der Bundesliga? Der Fußball ist viel athletischer geworden. Die körperlichen Belastungen sind viel höher. In den 70er Jahren lief ein Profi noch sechs Kilometer pro Spiel. Inzwischen sind es rund zwölf. Doppelt so viel. Wir verabreden uns mit Thomas Christner, Doping-Experte. Kenner der Szene. Er schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Den vermeintlichen Kampf gegen Doping in der Bundesliga kann er nicht ernst nehmen. Bestes Beispiel sind diese absolut lächerlichen Doping-Tests nach den Bundesliga-Spielen. Sie sagen jetzt, liebe Leute, jeden Samstag um 17 Uhr machen wir eine Polizeikontrolle auf der Hauptstraße, eine Stunde lang. An alle Säufer dieser Nation. Dann wissen die Leute, sie können sich rund um die Uhr die Kanne geben. Sie dürfen halt nur eins nicht machen. Sie dürfen, wenn sie an der Hauptstraße langfahren wollen, samstags um 17 bis 18 Uhr, müssen sie entweder Umwege fahren. Oder aber sie sind halt zu dieser Zeit mal nüchtern und fahren dann einfach geradeaus durch. Also das sollte man besser ganz bleiben lassen. Das hat im Ansatz nichts mit unabhängigen Tests zu tun. Experten sagen, es komme besonders auf die unangekündigten Kontrollen außerhalb des Wettkampfs an. Wir wollen wissen, wie oft wird denn pro Jahr außerhalb der Spieltage kontrolliert? Die Zahlen bekommen wir von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. 249 Kontrollen, zum Beispiel beim Training. Und wenn man die Zahl jetzt teilt, durch 502 Spieler gibt es bei den 18 Vereinen, dann kommt man nur auf 0,49. Also das heißt, man kommt nur auf nicht mal eine halbe Kontrolle pro Spieler. Krass. In der zweiten Liga wird sogar nur jeder vierte Spieler außerhalb des Wettkampfs kontrolliert. Bundesliga-Profi Martin Harnik von Hannover 96 erzählt uns von einem weiteren Unterschied. Wir haben halt unangekündigte Trainingskontrollen. Also wenn wir trainieren, dann kann schon mal eine Dopingkontrolle dabei sein. Aber privat zu Hause oder dass wir unsere Freizeit oder unsere Standorte mitteilen müssen, wo wir uns gerade befinden, damit wir im Falle des Falles da auch kontrolliert werden können, das müssen wir nicht. Doch das ist in fast allen olympischen Sportarten Standard. Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste hält das für ungerecht. Dass im Fußball nicht so unangekündigte Dopingkontrollen stattfinden wie in anderen Sportlern, das kann ich nicht nachvollziehen, das verstehe ich nicht. Das gehört genauso dazu und wenn da nichts zu verbergen ist, dann ist das auch ehrlicherweise, auch wenn es nervt, ein Akt von einer halben Stunde und dann ist das Thema durch. Ich würde das nicht wollen, weil ich es einfach einfach too much finde. Und Privatsphäre dann auch gestört? Ja, Privatsphäre und ja, einfach auch dieses immer im Kopf haben zu müssen. Es ist nicht angenehm, wenn morgens um Viertel nach sechs ein fremder älterer Herr bei dir am Frühstückstisch sitzt, während du verschlafen in T-Shirt und Boxershorts versuchst einen Kaffee zu trinken, damit du irgendwie gleich auf Toilette gehen kannst. Die Diskussion müssen wir nicht aufmachen, das macht keinen Spaß. Aber es gehört dazu und bei aller Kritik, die ich an der Art und Weise, an dem System äußere, ist das total wichtig. Weil nur so können wir garantieren, dass wir für einen sauberen Sport stehen. Wie unangemessen auf Doping-Tests im Fußball reagiert wird, zeigt diese Bildschlagzeile. Ein unangekündigter Test beim Nationaltorwart Manuel Neuer. In anderen Sportarten normal, hier aufreger. Wir haben im Grunde genommen den Weltsport in zwei Kapiteln mittlerweile zu lesen. Das eine ist der gesamte olympische Sport, das andere ist der Fußball, der mittlerweile noch mächtiger ist, als diese Gesamtabteilung geworden ist. Der Fußball hat es geschafft, seine Profis bis heute als Hätschelkinder des Publikums darstellen zu können. Kritik am Verantwortlichen, dem Deutschen Fußballbund. Warum werden in der Fußball-Bundesliga nur die deutschen Nationalspieler wirklich umfassend kontrolliert? Wir treffen Erwin Burgar, den Anti-Doping-Beauftragten und DFB-Vizepräsidenten. Das ist so vereinbart und ich kann jetzt auch nicht die Motivation unbedingt nachvollziehen, dass das jetzt schädlich wäre. Die Anzahl der Vorfälle, die wir in der Bundesliga oder im Profifußball bis zur dritten Liga herunter haben, ist ja so gering, das ist Promille, wenn man das ins Verhältnis zu den gesamten Spielen jetzt mal misst. Aber würde der DFB nicht mehr finden, wenn er besser suchen würde? In der vierthöchsten Spielklasse wird gar nichts gesucht. Aktuell gibt es keine einzige Kontrolle in der Regionalliga. Der DFB kann das nicht finanzieren, aus steuerrechtlichen, insbesondere gemeinnützigkeitsrechtlichen Gründen. Und um das nicht zu gefährden, die Gemeinnützigkeit, wird das also unterlassen. Die Regionalverbände haben natürlich auch nicht solche Einnahmequellen. Da kann man immer nicht mit dieser Formel kommen, der reiche DFB. Das geht nicht. Sagt einer der reichsten Sportverbände der Welt. Die Frage steht, dass wir genauso behandelt werden wollen, wie andere Spitzenfachverbände, ich sag mal Volleyball, Handball oder Ähnliche, die auch durch das Bündnisministerium des Innern hier die Unterstützung erfahren. Wir fragen uns, wird beim DFB wirklich alles gegen Doping unternommen? Darf ich Sie so richtig verstehen? Der DFB und Sie halten die Dopingkontrollen, die stattfinden für den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga für ausreichend? Derzeit ja. Wir werden sicherlich da nie das absolute Ende haben. Aber mit Sicherheit werden wir immer wieder auswerten, wie viele Vorfälle waren, ob sich das dann auch von der Effizienz her lohnt, eine Erhöhung wieder vorzunehmen. Also wir sind ja immer mit der NADA dort im Gespräch. Das ist ja nicht so, dass das eine einmalige Angelegenheit war. Qualitativ ist das ziemlicher Mist insgesamt. Sicherlich gibt es ab und zu mal irgendeine vernünftige sogenannte intelligente Kontrolle. Aber gemessen an der Bedeutung insbesondere des Fußballs und gemessen an der Vielzahl von Dopingmöglichkeiten ist das ein Tropfen im Ozean. Unsere Recherche wirft immer mehr Fragen auf. Warum gibt es nicht mehr Tests? Und warum wird im Fußball bis in den medizinischen Grenzbereich behandelt, wenn dann Doping doch angeblich gar nichts bringt? Helge Riepenhof war Mannschaftsarzt unter anderem bei AS Rom. Er spricht offen über die Möglichkeiten von Dopingmitteln. Man kann besser regenerieren, wenn man das medikamentös oder durch verschiedene Verfahren unterstützt. Und man kann vor allem schneller regenerieren. Und bei der heutigen Spielbelastung ist das natürlich ein wesentlicher Punkt. Also wenn man Dienstag, Samstag, Dienstag spielt, Liste ist ja endlos lang. Also Fußball ist ein komplexer Sport, wo alles was Kraftzuwachs, alles was Sauerstofftransport fördert, auch was Konzentrationsfähigkeit fördert, also die Substanzenliste, dann würden wir morgen noch hier sitzen, wenn wir das jetzt durchgehen würden. Wir stoßen auf das Thema Schmerzmittelmissbrauch. Nichts Verbotenes, aber Medikamente, mit denen Sportler über ihre Grenzen hinausgehen können. In Augsburg treffen wir Christian Zappek, ehemaliger Zweitligaspieler, heute Sportinvalide. Er hat es mit Schmerzmitteln übertrieben. Der Grund? Leistungsdruck. Hauptsache fit für den nächsten Spieltag. Auch auf Kosten der Gesundheit. Dann kam eben die erste Verletzung, da war ich 19 und dann ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ging das eigentlich los, dass es für mich ganz normal war, vor dem Spiel, vor dem Training Schmerzmittel zu nehmen, ohne drüber nachzudenken, ohne zu sagen, naja, was nehme ich jetzt da eigentlich, tut das meinem Körper schlecht, sondern, naja, ich muss gut trainieren, damit ich am Wochenende spiele, ich muss spielen, um Kohle zu verdienen. Der deutsche Fußball versteht sich als Premium-Produkt. Von den Schattenseiten, wie der von Zappek, erfährt man nur selten. Aber warum eigentlich? Ja, man kann sich die Welt schönreden und man soll sich auch über Fußball freuen. Und ich kann mich auch über Fußball freuen, nur muss ich natürlich auf der anderen Seite auch sagen, das ist teuer erkauft und sehr oft haben die Spieler eben schwere Verletzungen. Selbst wenn die Vereine aufklären und sagen, jahrelanger Missbrauch von Voltaren, von Ibuprofen, mach das und das mit deiner Niere oder mit deinem Magen oder was weiß ich, glaube ich nicht, dass es Spieler gibt, die dann weniger nehmen. Weil du bist als Spieler irgendwo eine Ich-AG, du musst auf dich schauen und du kannst, wenn du Schmerzen hast, nie deine Leistung abrufen. Ich habe ja am Wochenende schon vor dem Spiel mal eine Voltaren und in der Früh kleine Ibuprofen und dann, wenn du in der Halbzeit nur irgendwas zwickt hast, dann nochmal schnell eine Voltaren aufgelöst und die Quittung habe ich dann nach dem Spiel. Wenn du dann übersäuert bist, Adrenalin nachlässt, dann liegst du im Bett und da bist du eigentlich mehr auf dem Klo als irgendwo anders nach dem Spiel. Wenn man Schmerzmittel unkontrolliert gibt und die behandelt wie Smarties, dann ist das eine große Gefahr. Schmerzen gehören halt dazu, leider auch zum Training dazu und man muss ganz klar im Auge haben, wann man wem wie viel gibt, denn sonst passieren Dinge wie mit Herrn Klasnitsch. Ivan Klasnitsch, der gefeierte Held im Werder-Dubel-Jubel 2004. Heute muss der ehemalige Bremer Stürmer dreimal die Woche in die Dialyse. Man schädigt den Körper, man schädigt Nieren und es führt dazu, dass Menschen erstens nicht mehr ihren Beruf ausüben können, nämlich Fußball spielen und zweitens eine Nierentransplantation brauchen. Und bei Klasnitsch ja leider mittlerweile die x-te mit all den Konsequenzen, die da ranhängen. Ich würde gerne wissen, wo ich stehen würde mit weniger Verletzungspechen. Ich würde auch gerne wissen, wo ich vielleicht mit, ja, wo ich stehen würde, wenn ich einfach mir länger mal eine Pause hätte geben können. Und ich glaube, dass ich jetzt im Alltag immer noch große Probleme habe und dass ich mir manchmal schon wünschen würde, dass mein Knie einfach und mein Körper allgemein in einem besseren Zustand ist. Das ist mit Sicherheit eine Einschränkung, die ich mein Leben lang haben werde. Schmerzmittel sind wie viele andere Medikamente legales Doping. Aber wo ist die Grenze? Die VADA gibt vor, welche Medikamente Doping sind und welches eben nicht sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass es sowas gibt. Also eine ganz klare Abgrenzung. Die VADA sagt, was Doping ist und was es nicht ist. Eine Kombination beispielsweise aus Nikotin und Koffein, was ja bei Eishockeyspielern sehr beliebt ist, auch bei Fußballern sehr beliebt ist. Das kann ja genauso wirksam sein wie ein Stimulans, wie ein Amphetamin, wie eine Droge. Aber ein großes Dilemma ist, dass wir bei den Arzneimittelkombinationen im Moment keine Handhabe haben, um in irgendeiner Form Sanktionen auszusprechen. Der Graubereich ist größer, als wir gedacht haben. Also kommt es mehr denn je auf effektive Dopingjäger an. Die kosten viel Geld. Doch der Preis für sauberen Sport ist offenbar vielen zu hoch. Und mit Blick auf die Fußball-WM in Russland lernen wir, dass die FIFA, also der Veranstalter, die Dopingkontrollen selbst durchführt. Anders als in anderen Bereichen, wo es Dopingfälle gibt, weil da halt intensiver im Vergleich zum Fußball draufgeschaut wird, weil man da aber viel, viel mehr Daten verfügt, kann sich der Fußball abschotten. Das tut er im Übrigen auch nach wie vor gegenüber der VADA beispielsweise bei der Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in Russland, ist die VADA wieder nicht dabei. Zaungast, also die gucken zu Hause fern und können von da aus nicht beurteilen, was wirklich abläuft. Aber müsste die VADA nicht gerade hier dabei sein? In Russland, dem Land mit dem größten Betrugssystem seit dem DDR-Dopingprogramm? Vor der Weltmeisterschaft in Russland gibt es schwere Dopingvorwürfe gegen den russischen Fußball. Der Dopingermittler Richard McLaren belastet 2017 den russischen Fußball schwer. Es gibt noch 155 Proben, die nicht analysiert sind. Die VADA hat sie beschlagnahmt. Das haben wir der FIFA gemeldet. Es sieht so aus, dass es eine Bank mit sauberem Urin gab, die für Fußballer genutzt wurde. Seitdem hat sich nicht viel getan. Wenn es jetzt Doping gab, dann würde ich mir wahnsinnig wünschen, wenn endlich mal Namen genannt werden und nicht immer alles irgendwie unter Verschluss gehalten wird. Aber wie sauber wird die russische Mannschaft sein? Und wie sauber kann die Weltmeisterschaft insgesamt werden? Die WM soll strahlen, das ist klar. Doping würde dabei nur stören. Genau wie in der Fußball-Bundesliga. Gibt ja auch keine Fälle. Aber was hat das schon zu bedeuten? Natürlich kann man in jeder Sportart dopen. Wenn man möchte, dass er mehr läuft, kann man das durch Doping erreichen. Ein Albole-Steroid. Nicht mal eine halbe Kontrolle pro Spieler. Deswegen, ja, glaube ich, sollte man dann eben auch den Kontrollen vertrauen und vor allem den Spielern auch vertrauen. Also darf ich Sie so richtig verstehen? Der DFB und Sie halten die Dopingkontrollen für ausreichend? Derzeit ja. Das ist so eine Art Exorzismus. Schaut mal her, wir haben da eine ganze Menge. Und wenn es dann zu Studien beispielsweise kommt, dann kommen haarsträubende Ergebnisse zu Tage. Im Spitzenbereich hat es da über Jahre hinweg Erkenntnisse gegeben, die den Verdacht nahelegen, dass eigentlich in jedem Spitzenspiel von jeder Mannschaft ein Gedopter mit erhöhten oder auffälligen Testosteronwerten zugange ist. All diese Dinge verschwinden sofort in der Schublade. Also die Nähe zur Wahrheit war im Fußball schon immer relativ gering. Man wollte nie, auch wenn die spektakulärsten Fälle bekannt geworden sind, wirklich zugeben, auf welcher breiten Basis im Fußball auch tatsächlich mit Dopingmitteln gearbeitet wird.